Hallo, liebe Besucherinnen und Besucher des Hamburger Konservatoriums. Mein Name ist Tonio, ich bin Beatbox-Lehrer im Konservatorium und ich möchte euch gerne die Beatbox vorstellen. Und zwar gibt es ganz einfache Sounds, die man mit dem Mund machen kann. Und das Praktische an diesem Instrument ist, dass man es immer mit dabei hat und überall an der Bushaltestelle zum Beispiel üben kann. Wir machen einen ganz einfachen Sound. Und zwar lassen wir die Lippen locker und atmen aus. Und dann vibrieren die Lippen und die machen Probiert mal, mit mir. Eins, zwei, drei. Sehr gut. Ich zeige euch ein kleines Beispiel, wie das Beatboxen sich anhört und verwende diesen Sound dabei. Es ist super einfach. Es geht ab ganz klein. Bei mir fangen die Kids mit fünf Jahren an zu Beatboxen. Und ja, ich würde mich total freuen, wenn ihr Lust habt, dass Beatbox so lernen. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Stöbern in der Bibliothek von anderen Instrumenten. Lasst euch inspirieren. Und wenn ihr Fragen habt, dann meldet euch gerne bei mir.